Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Filmchen. Heute möchte ich mit euch einen Zwetschgenkuchen machen und zwar in der runden Form von Pembertel. Und es ist ein Zwetschgenkuchen mit Knusperhaube, entdeckt auf dem Blog von Mano und Joel, Food with Love. Das ist ein Zwetschgenkuchen mit einem tollen Rührboden. Der soll richtig schön fluffig und saftig sein und es kommt eine Mandelzuckerkruste obendrauf, wie man das so vom Butterzuckerkuchen kennt. Und den möchte ich heute mit euch zusammen backen und dann legen wir jetzt los. Für den Kuchen habe ich mir natürlich schon alle Zutaten hier zur Seite gestellt. Ich habe mich jetzt entschieden, das nicht immer zu erzählen und durchlaufen zu lassen und durch den Film. Jeder weiß da inzwischen, wo die Infobox ist. Ihr braucht einfach anklicken. Ihr könnt euch das Rezept ausdrücken. Ich hinterlasse das aber da auch nochmal in schriftlicher Form, damit man das sich vielleicht sofort abschreiben kann. Wie auch immer. Jeder wie er mag. Und einblenden werde ich das aber weiterhin unten für meine gehörlosen Zuschauer. Die freuen sich immer und sagen, die finden das richtig toll, dass ich das mache, damit die überhaupt wissen, was hier passiert. So. Für den Rührteig müssen wir einfach alle Zutaten erstmal in den Mixtopf geben. Und das sind dann weiche Butter. Die ist schon wirklich richtig schön weich. So. Dann habe ich hier den Zucker. Im Zucker befindet sich schon, ich habe hier gemahlene Vanille und ihr könnt natürlich auch Vanillezucker nehmen. Der normale Zucker ist halt drin. Und eine Messerspitze Zimt. Jetzt kommen die Eier dazu. Natürlich dürfen Mehl. Speisestärke ist hier dabei. Und das Backpulver befindet sich auch schon hier drin. Gebe ich einmal alles zusammen rein. So wie ein wenig Milch. Und das werden wir jetzt verrühren. Das ist mein Deckelchen. Für eine Minute. Auf der Stufe 3,5. Man muss einfach mal so ein bisschen hören, inwiefern sich das vermischt. Und eventuell ein bisschen höher stellen oder runter. Die Teig ist jetzt verrührt. Sieht gut aus. Und den fülle ich jetzt hier in meine runde Form. Die ist da von den Abmessungen, also von dem Durchmesser, sage ich jetzt mal, wie so eine Springform. 26 cm. Hat einen 7 cm hohen Rand. Ungefähr ein Fassungsvermögen von 3 Litern. Und die habe ich mir jetzt ordentlich gut mit Butterschmalz gefettet und mit Grieß ausgestreut. Damit mir da ja nichts hängen bleibt. Nachdem ich den Teig jetzt komplett aus dem Mixtopf raus habe, verteile ich den mit dem Spatel hier in der Form. Ich ziehe das mal ein Stück zurück, damit ihr es ein bisschen sehen könnt. Der ist nicht flüssig. Er ist also schön cremig, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall nicht flüssig. Richtig schöner Rührteig. So, was wir hier an den Resten dran haben, mache ich auch noch rein. Und dann müssen wir nämlich gleich die Zwitschen holen. So, das ist schon mal fertig. Jetzt hole ich mir meine Zwetschgen rüber. Ich habe jetzt hier ein Kilo. Ich habe die entsteint. Ich habe dazu so ein neues Teil gebraucht. Viele von euch haben geschrieben, die kennen das schon von ihrer Oma. Für mich war das absolut neu. Wie geht das jetzt nochmal? So ein Entkerner. Kommt die Zwetschge da rein, wird gedrückt. Hier unten kommt der Kern raus. Und gleichzeitig, durch dieses Messerchen hier vorne, ist die dann vorne aufgeschnitten, sodass man die dann halt in dieser Schmetterlingsform hat. Wie gesagt, für mich war das ganz neu. Ich kannte das nicht. Ich habe die gestern entsteint. Ich habe da hinten auch noch ein Kilo für andere Sachen, für die ich die Zwetschgen noch verwenden möchte. Das ging ratzfatz. Also wer sich dafür interessiert, ich verlinke das in meiner Infobox, was das für ein Teil ist. Und jetzt werden natürlich die Zwetschgen hier schön in der Form auf dem Rührkuchen verteilt. Der Backofen heizt übrigens schon vor auf 180 Grad über Unterhitze. Und ich werde jetzt hier schön meine Zwetschgen in den Teig bringen. Die Zwetschgen habe ich jetzt alle hier in die Form gebracht. Ich denke mal, ihr könnt das ganz gut erkennen. Ich mache das mal wieder ein bisschen heller. Also ich habe ordentlich reingequetscht, wie viele das jetzt sind. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Leutrezept schreibt Maren, ca. 750 Gramm. Ich sage jetzt mal, 750 Gramm ohne die Steine. Also wenn ihr ein Kilo holt oder ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach hier reingequetscht, so wie es ging. Ich schiebe es jetzt in den Backofen. Der Backofen ist vorgeheizt, 180 Grad über Unterhitze. Ich schiebe es ins unterste Drittel. Und der bleibt jetzt für 25 Minuten drin. In der Zwischenzeit wird eine Mandelzuckerkruste gemacht. Die mache ich aber hier auf dem Herd in so kleinen Töpfchen. So hat Maren das in ihrem Rezept auch. Könnt ihr auch im Thermomus machen. Aber ich schmeiße sie jetzt gleich in die Spülmaschine. Die stelle ich gleich an. So, nach 25 Minuten hole ich euch wieder dazu. Weil nämlich dann diese Butter-Zucker-Mandelkruste da oben drauf kommt. Und dann wird der Kuchen nochmal 40 Minuten weitergebacken. Daher würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Für diese Mandelzuckerkruste mit Butter, lasse ich jetzt die Butter hier auf dem Herd schmelzen. Wenn die geschmolzen ist, gebe ich hier den Zucker rein, bis der sich aufgelöst hat. Und dann die Mandelblättchen. Und dann sind wir im Endeffekt auch schon fertig. 25 Minuten sind rum. So sieht der Kuchen bis jetzt aus. Schon hochgegangen. So, stelle ich jetzt hier auf mein Gitter. Und gebe jetzt diese Butter-Zucker-Mandel-Mischung drüber. Einigermaßen gleichmäßig, hoffe ich schaffe ich das. Ich mache das nicht ganz bis zum Rand. Nicht, dass sich das irgendwie so festbackt oder so. Kein Plan, keine Ahnung. So schaut mal. Jetzt befindet sich diese Mischung auf dem Kuchen. Und der wendert jetzt nochmal für weitere 40 Minuten in den Ofen. Man sollte ein bisschen Sichtkontakt halten, dass diese Kruste oben nicht zu dunkel wird. Eventuell mit Alufolie abdecken sollte das der Fall sein. Und dann würde ich sagen, bis in ca. 40 Minuten. Die Zeit ist abgelaufen. Ich hole den Kuchen jetzt raus. Er sieht wirklich sehr gut aus und er riecht auch wunderbar. Ich hole ihn mal eben. Eine Sekunde. Wie ihr seht, die Form ist wirklich bis oben hin ausgefüllt. Ich werde ihn jetzt hier schön auf dem Kuchengitter abkühlen lassen. Und dann natürlich nachher nochmal probieren. Ob ihr dann unbedingt dabei seid, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kriegt ihr noch so einen kleinen Abspann, wo über den Kuchen was gesagt wird. Und dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen und ihr packt den mal nach. Bis später. Fantastisch. Titelman. 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 Vielen Dank.